Hallo Leute, ja ihr seht was das ist, naja gut, auch wenn es leckt und alles, aber da muss man klarkommen. Ähm, ja, PC ist zwar nicht der Beste, aber ich werde das Spiel jetzt trotzdem mal let's playen, weil ich im Moment einfach nichts besseres habe. Und irgendwie ist das ja wohl auch nicht schlecht. Ja, also, wir spielen Slender, ja, you don't say. Ja, das Spiel habe ich noch nicht wirklich gespielt, ich bin mal ein bisschen umgelaufen, einmal um keine Zeiten gesammelt, weil ich nicht so blöd war, sie zu sammeln. Ich dachte, man muss die Dinger nur anschauen, ja ich weiß, ich bin sehr dumm. Und jetzt werde ich mich mal gruseln, es ist schon nachts, also es ist hier dunkel, ich bin allein und... Ja, ich will richtig schön gepeiligt werden. Also, meine Freunde, lasst uns die Höllenquallen beginnen. Ich würde das Ganze zwar mit Facecam machen, aber da ich ein Loser bin und kein Geld für die Cam habe, ja, ich habe mich mal nach für Geld. Ja, so. Und es beginnt schon mal gruselig, ich bin sehr froh, dass ich schon die Engine von dem Spiel ein bisschen weiß, also wann er kommt, was passiert, wenn ich was mache. Weil wenn ich jetzt hier sozusagen rumlaufen würde und keine Ahnung hätte, so, wann er kommt, was passiert, wenn ich was mache, dann hätte ich einfach übelstens Schiss. Und so wird mein Kopf gerade nur stärker durchblutet, statt dass ich hier zusammengekrampft in meinem Sitz sitze und nach meinem Mutterschrei. Jetzt würde ich langsam gerne mal irgendwo ankommen. Ich werde das Ganze jetzt nicht immer in Let's Play, bis es zu Ende ist, sondern ich werde immer machen, bis ich verreck, und dann werde ich das nächste Spiel machen. Ja, das heißt, was haben wir denn hier, Tanks, okay. Kann ja sowieso rennen, der Typ ist ja noch nicht da. Jo, also, ich werde jetzt erst mal die Seite holen aus dem Haus oder so, ich bin ja, wie gesagt, schon mal runtergelaufen. Weil ich denke mir, irgendwie da, der wird ja immer öfter kommen, je mehr Seiten man findet. Und jetzt mach ich mal, ich habe echt keinen Bock, dass der Typ kommt. Und ich noch nicht mal eine Seite habe, das ist ja irgendwie richtig blöd. Das würde mich gar nicht, gar nicht schön finden hier. Ja, ich bin schon mal richtig, richtig am Arsch. Also, was zum Geil ist das? Ein Wall. Okay. Okay, noch ein Wall, okay, okay. Okay. Ich weiß, dass er ja noch nicht da ist. Aber irgendwie ist es trotzdem ekelhaft, wie man da richtig um die Ecke geht und er könnte da stehen und so. Oh, oh, das gefällt mir gar nicht hier. Warum hat der Wall nicht mal ein dämliches Blatt? Der muss so ein Blatt sein. You're not killing me, Alter. Okay, okay, weiter. Mein Gott, ich will wenigstens ein Blatt hier finden. Da sollte ich einfach drauf losgehen. Ich muss es ja nicht schaffen. Ich weiß gar nicht, ob es ja auch möglich ist, alle acht Blätter zu finden. Oh Mann, ey. Ich kriege irgendwie gerade Schiss. Also, so, so, so. Ich habe diese scheiß Lautsprecher viel zu laut. Ich schwöre es euch, viel zu laut. Die Dinger sind wirklich real life. Also, als würde ich in diesem scheiß Wald stehen und mit euch reden, ja. Mein Gott, kann ich jetzt nicht endlich ein Blatt finden. Oh, da ist das die Röhre. Auf zu schnaufen, Bastard. Ich bin sehr... Okay, okay, okay. Oh, das wird so hart. Ich kriege gerade, ich kriege hier gerade voll die Krämpfe. Okay. Na gut, dann. Dann. Heizmole. Okay. Okay, das war alles eine ganz schlechte Idee, ich weiß. Das war alles eine schlechte Idee. Schlechte Idee, schlechte Idee, schlechte Idee. Schlechte, 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 scheiß, super schlechte Idee. Das ist schlechter, das ist schlecht. Ich muss reden, ey. Sonst kriege ich hier richtig. Oh, da ist das Haus, da ist das Haus. Das ist Gottverdammt der Haus. Da ist das Haus. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Warum tue ich mir das nur an? Warum tue ich mir das nur an? Warum tue ich mir das nur an? Ich kann mir kaum vorstellen, dass am Ende ist ja schlimm, als dass es hier Dreck. Weil ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Okay, wenn ich wenigstens schnell laufen will, dann würde ich einfach durchrasen, ja. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Nicht so reinsteigern. Aber ich wollte die Extremversion, ja. So Pussy Light Version hier mit Lichtern und so. Nee, nee, nee. Wenn, dann will ich hier die volle Dröhnung. Oh, das ist hier der Scheißblatt. Ich will das Haus raus. Ich will dieses Haus gar nicht gut. Alter, ey. Alter, ey. Alter, ey. Ich hab... Ah! Bad, bad, bad. Bad, bad. Wuhu! Alter, das kribbelt. Das Ding hat mir gerade meine Ohren zerschmettert. Geht da. Geht da. Ich meine, das ist auch gerade echt schlimm als den Typen an sich. Oh, dieses Scheißblatt, Mann. Ich schau mal, ob er jetzt weg ist. Ich glaub zwar nicht, aber egal. Bitte sei weg. Okay. Sweet. Wo ist die Scheißseite? Ja, F-S-U. Ich fand's jetzt gerade echt erholend, dass ich den Typen gesehen hab. Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Ich fand's einfach nur erholend, ne? Weil wenn du ihn nicht siehst, ist es eigentlich viel schlimmer. Deswegen will ich hier so schnell wie möglich ein paar Seiten zusammenkriegen, dass ich den die ganze Zeit sehe. Weil das geht mir gerade immer viel mehr auf den Nerv, dass ich keine Ahnung hab, wo der Wichser ist. Der alte Sack ist... Wo ist die Seite? OMG, ich weiß, dass hier irgendwo eine Seite sein muss. Äh. Machst mich kaputt, weißt du das? Oh, machst mich kaputt. Oh, du bist so gemein, du Dreckspiel, du. Oh, du bist so gemein. Oh, du bist so asozial. Ja, der hat sich halt schon mal da. Wuh. Wie immer so übelst der Schauer rüber geht. Ah. Boah, ich krieg gerade voll den Anfall, Mann. Was geht. Boah. Da, 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 da. Der Typ ist ganz schön aufdringlich irgendwie. Oder weil dann machst du mich. Puh. Ja, und jetzt wundert euch nicht, wenn ich jetzt hier vielleicht zur dritten Seite oder so komme. Bist du immer noch hinter mir? Jo, anscheinend. Ja. 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 Oh, und ich kann hier bestimmt auch keine Helligkeit hochstellen, oder? Das geht bestimmt nicht, so wie ich diese Wichse kenne. Oh, der Truck. Okay, Seite 2. Seite 2. We get ready. We get ready. Aha. Oh ja, oh ja, da friezt es mich. Oh, da friezelst es mich. Da friezelst es mich aus dem Stuhl, Mann. Da friezelst es mich hier so rum. Links und rechts. Weck! Oh, shit, ey. Oh, du machst mich kaputt, Alter. Oh, du Wichser, du. Oh, jetzt geht es aber schon richtig schnell, du. Oh, wenigstens ist es jetzt hinter mir, Mann. Ich konnte das gar nicht, gar nicht so, dass er nicht da war. Wow, das Ding wird jetzt aber ganz schön schnell knusprig. Ah, das Hühnchen ist knusprig, Mann. So schön knusprig, Mann. Oh, da ist er ja. Hallo. Oh, da ist er ja. Man kann euch ja mal zur dritten Seite. Ich will, dass der Typ mal vor Agro geht. Ich will es hier nicht verwecken. Oh. Man kann es ja nicht mehr daumen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ich finde den Typ eigentlich weniger gruselig als die ganze Atmosphäre, ganz ehrlich. Also allein hier umsammeln und Zeiten einsammeln und ab und zu mal dieses Schwuduff-Geräusche und er sofort wieder weg ist, wenn ich jetzt persönlich gruseliger. Oh, 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 oh. Ja, jetzt geht es los. Ich muss ihn mal ab und zu mal anschauen, ja, weil ich irgendwie, ich weiß, dass er noch da ist. Weißt du, wie ich es ja immer irgendwie ein Kollege? Legel! Mich machen die Räusche viel mehr fertig als der Typ an sich. Ja, wie ich schon sagte, es ist für mich mehr wie das so ein Kollege, man, der hinter mir steht und mir den Rücken frei hält. Oh, da ist er ja, hallo. Oh, dieses Gepritzeln, ne? Das ist tatsächlich so und auf der Haut, man. Mmh. Mmh. Tasty. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, aber hallo. Oh, das ist der Kollege, gut. Genau, so ein Kollege. Kollege ist perfekte Worte, das ist einfach nur ein Kollege, man. Einfach nur ein Kollege. Wenn man ihn jetzt halt anschaut, ist es gar nicht so gruselig. So, hey, Kollege, bist du noch da? Nicht, dass du dich hier im Wald verirrst, du? Kollege? Da ist das sehr gut. Oh, lebe es durch das Ganze gedreht, weiß ich mal gar nicht, wo ich hinschau. Da ist der Kollege, genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ne, ich soll mal sein S-moven könnte ein bisschen hier. Wo ist der Spast? Da ist er, ich sehe ein Shitface. Oh, du wirst mir jetzt nicht erzählen, dass ich jetzt da nicht weiter darf, oder? Ich darf ihn nämlich anschauen, warum er auf jeden Fall rückwärts hin. Ich habe hier Ideen. Wo ist er jetzt hin? Miii. Waaah, jetzt hat er mich. Ich habe den Mixer doch gar nicht angeschaut. Nö. Ich bin so schlecht in dem Spiel. Ohne Scheiß, Mann, ich schwitze. Warum bin ich jetzt eigentlich verreckt, Mann? Habe ich ihn zu oft angeschaut, oder wie? Kollege, Kollege. Oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck. Ja gut, das war es erstmal mit dem ersten Teil. Vielleicht werde ich ihn nochmal versuchen, aber das war es jetzt erstmal, wenn wir den ersten Teil oder als nächstes. Also morgen kommt dann halt die nächste Map, ja. Ja, jetzt gucke ich nochmal kurz, geht das eigentlich, dass wir die Helligkeit wenigstens ein bisschen höher stellen. Weiß Leute, treat the tail. Na gut. Okay, dann sehe ich euch nächstes Mal, ne? Also bis dann, Leute. Ciao.